Hallo, liebe Pilzfreunde. Schön, dass ich wieder reingeklickt habe. Heute mit der Frage, wie viel Platz brauche ich eigentlich, um Pilze zu züchten? Es gibt wohl kaum ein Hobby, das so wenig Platz braucht wie die Pilzzucht. Ein Plätzchen im Regal oder auch im Schrank in halber Quadratmeter reicht vollkommen, um die ersten Pilze zu züchten. Viel wichtiger ist eigentlich eher, wo der Platz ist. Am besten ist es möglichst kühl und im Optimalfall auch noch feucht. Wenn ihr also einen kühlen, feuchten Keller habt, könnt ihr anfangen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Wenn du noch mehr bis Pilze zu züchten erfahren willst, abonnier einfach meinen Kanal oder schau auf meiner Webseite fungino.de vorbei. Ich würde mich freuen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt gesund. Bis bald.